Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. Ja, ich habe meinen kleinen Outroad hier mit unserem kleinen Freund hier mal ein neues Collide Game verpasst. Ich kann mal kurz rumschwenken. Ich finde, das ist ein sehr... wie soll ich es betiteln? Spezielles Design. Ich habe lange lang gesessen, um dieses Bild, was ich hier am PC erstellt habe, hier in dieses Spiel zu kriegen. Das funktioniert normalerweise nicht. Ich habe gehackt. Nein, Spaß natürlich nicht. Aber ich finde, das Design sieht gar nicht so schlecht aus. Ich mag dieses Mitternachts-Design für diese Karre. Das sieht einfach nur schön aus. Denn ich denke mal so, 99% der Folien oder der Folierungen, die du im Trendsordner findest, sind Flammen oder Verrostet oder Hot Wheels. Das fände ich nicht so geil. So sieht das so ein bisschen aus wie das persönliche Auto von Graf Dracula oder sowas in der Art. Das finde ich einfach... sieht mega... ah, geil aus. Ah, schön. Und ich habe die Felgen schwarz lackiert. Schwarzes Chrom. Schwarz verkrumm. Geil. Und ich habe Sidepipes dran gehauen. Wir haben letztens den Auspuff übersehen. Ich habe einfach nur Sidepipes dran geklatscht in die geile Karre. So. Aber Leute, ich würde sagen, wir brauchen die 52 PS Karre nicht mehr. Die werden wir irgendwann bestimmt mal wieder fahren. Aber jetzt werden wir wieder in unseren schönen GT-R zurücksteigen. Ich wähle die Karre wieder aus. Und wir fahren mal nach draußen und gucken mal, was heute so ansteht. Stopp-Schilder, Bus-Haltestellen, Laternen-Pfehle. Alles will zerstört werden. Hashtag R.E.P. Anleitung. Reputation Points. Die Lackierung ist etwas Persönliches. Mathochglanz, eine Metall-Lagel. Lass es fließen. Jo, ja. Das ist ziemlich wichtig. Der Flow. So. Das ist bestimmt wieder total ungewohnt mit dem GT-R hier zu cruisen. So. Wo müssen wir denn hin? Robin. Das ist wieder Drift-Train. Ich mag keine Drift-Train, weil ich jetzt ehrlich bin. Wir werden zu Manno runtercruisen. Obwohl, eigentlich könnten wir Robin machen. Robin haben wir auch nicht ganz so oft gemacht. Irgendwie lassen wir erst mal aus. So. Dann fangen wir mal zu Drift-Train mit Inyo. Mit der Schwierigkeit gerade sollte man eigentlich hinkriegen. Das ist mal so ein Schnieken geht eher hier. So eigentlich, so eigentlich, nee, sieht hier aus. Ah, geil. Wie geil man die Karre steuern kann, wenn man im Drift ist. So schön. Ups. Mach. Ich war zu schnell. Sieh, aber bin ich nicht gecrasht in dieser Koffer. Ich muss noch nichts versäumen. Dann noch grüßen wir mal zu Robin Hood. Ziehen wir hier rein und dann zirkeln wir hier rum. Ach, shit. Ich liebe diese Karre. Die lässt sich so schön zirkeln. Das ist so... Wow. Ich mag das. Ich fahre gern so. Das ist so mein Ziel zu fahren. Das ist so mein Trauma-Auto, diese Karre. Ich hätte auch gern in Wirklichkeit. Leute, bitte spendet für den armen Rayo. Ich will eine Nissan GT-R Premium 2017 Edition. Es kann auch ein normaler sein. Es kann auch ein V-Spec sein. Es kann auch ein normaler Skyline sein. Aber Nissan GT-R, oh geil. Ich mach mal ein Trauma-Auto. Den müssen wir rein. Den müssen wir ganz gut hin. Easy natürlich. Ah, schön. Ich brauche ja gar keinen E-Trum zu beschleunigen. Ich gucke es auch so hin. Ah, das ist eine perfekte GT-R-Kurve. Ich kann ja so richtig schön hochziehen. Das ist richtig... Aua, zwei draußen. Das haben wir schon gesehen. Okay. Ich fahre wieder quer hoch. Ah, das ist so schön. Oh. Einmal, Fahrzeugteil. Gratisteil. Was kriegen wir? Uh. Einlassabdeckung. Geil. Ich kann mal noch schnell die Karre reparieren. Wenn man durch eine Tankstelle fährt, wird die Karre repariert. Wie die es nicht wissen. Man muss auch richtig durchfahren, hier. Beim Reparatur-Symbol. Zack. So, Drift-Train. Risky Devil ist wieder am Start. Robin auch. Och Gott. Warum immer die ganzen Risky Devil-Leute. Können wir nicht ein paar Mal zu Hause bleiben? Das wäre doch lustiger, oder? So, Drift-Train. Auf die Plätze, fertig, drift. Ach, Robin. Ich will hier zweideutig gerne. Ich finde das auch schön, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, die fällt auch noch später runter. Das ist sehr geil. 20.000 ist das Ziel. Sollte schaffbar sein. Ah. Kommt, Leute. Leute, meine Punkte zählen nicht. Alter. Hallo. Bist nur du hier, Robin? Okay, nur Robin ist hier. Also nicht ganz Risky Devil ist, sondern nur Robin. Alles klar. So, Robin, du bist mal nicht langsamer davor, damit ich den ganzen Drift hier durchziehen kann. Okay, der flücht wurde nicht gezählt, der lange, das ist scheiße. Jetzt hat der hier wieder offentlicht gezählt. Okay, jetzt haben wir schon in der Tasche. Jetzt haben wir schon easy in der Tasche. Geil. Ja, easy. Ach, komm, Robin. Ich will einen Rekordpunktezahl aufstellen. Nur noch jetzt. Du kannst es mit beschleunigen. Ist kein Problem. Ich gucke einmal auf die Nitro-Tool, wir wollen wieder bei dir, Robin. Keine Sorge. Das ist alles easy. Oh shit, das bin der Hase. Robin, was machst du denn, Robin? Ey, der dürfte sich gar nicht gezählt, weil ich die Leitplank gehittert habe. Robin, hi. Du fährst mit voll Nitro und ich überhole dich, während ich normal fahre. Ist auch schön, oder? Oh shit, die Kurve ich nicht hinbekomme. Ist okay. Aber wir brauchen uns ja nicht mehr irgendwie anstrengen. Wir haben die Punktezahl schon. Ich brauche keinen Weltrekord bei dem Teil. Also, passt schon. Können wir noch ein bisschen ausprobieren jetzt. Robin, du bist mit dran. Du bist wirklich nicht so vorne wie die anderen Leute gerade, weißt du das? Du solltest dich mal wieder reinhängen. Das liegt doch daran, dass wir Robin sehr selten gefahren sind. Im Gegensatz zum Beispiel als zu Amy. Amy bin ich ja nur so oft gefahren eigentlich, weil ich unbedingt meine Teile haben wollte. Die schaltet man die größten Helden und die gute Amy frei. Scheißegal, ob ich jetzt Punkt zusammenfahre. Ich fußte jetzt einfach runter und fertig. So, Robin, ciao. Ja, voll rein. Und noch Überschlag, shit. Du bist voll abgegangen, Mann. Poste mal ein Witt von deiner Dreh- Trash-Dashcam? Von deiner Dashcam? Was ist mit deiner Dashcam? Das ging sehr billig. Aber egal, lass mal so stehen. So. Ja, Robin, bitte. Okay, das war cool. So, was hast du gerade abgebrochen, Robin? Wir nehmen dir Gefahr, du hättest einfach die Scheibe runterkurbeln können. Oh mein Gott. Aber egal. Aber egal. So, ähm, wir könnten zur Amy runde fahren. Oh, ist das Spike? Oh, Spike. Ich hab Bock auf Spike. Ich hab Bock auf Spike. Warte mal. Wo wird denn hier jetzt noch eine Nachricht? Nee, das hatten wir schon. Irgendwas müsste neu hier sein. Die Nichtskönner sind rausgeflogen. Jetzt fängt Eddies Challenge erst richtig an. Die Daten für Loft 2 gibt's in der App. Hm, okay, die Daten sind auf der App, alles klar, okay. Ähm, ja, ich bin ja verständlich, glaub ich, mal eine Eddies Challenge gefahren offline. Weil ich auch offline paar Rennen fahre mit anderen Leuten zusammen. Ich kann ja auch dieses Spiel online spielen. Das ist ein komplettes online-Spiel. Man kann ja mit acht Leuten rumfahren. Und auch mit sieben anderen, ne? Acht, maximal am Server, wie soweit ich das. Soweit ich hier im Bilde bin. Also fahr ich hier auf Offscreen öfters rum. Tu es einfach mal mit Leuten durch die City, was mega fun macht. Weil man so quatschen ist abends. Faut mega fun! Dann kann es sein, dass es durchaus mal eine Eddies Challenge, die eigentlich nicht questrelevant ist, wenn man mal so gemacht hat. Aber Leute, das soll uns nicht abhalten. Die Eddies Challenge sind nicht ganz so wichtig wie das ganze andere Zeug. Deswegen... Ich kann mal drüber und wechseln loschen. Da ist noch ein Teil. Das will ich haben. Hatten wir das schon? Nee, ne? Kalt ist halt. Nice. Ich spüre so eine Einlass-Affekt. Mann! Ich spüre mal einen geilen Turbo oder so. Ein OP-Turbo. Wie Amy in ihrer Karre hat. So ein. Gut, mal runter zu Spike. So. Mal gucken, was Spike für uns auf dem Lager hat. Das letzte Rennen mit Spike war ja nicht so hoch vor Adern. Das wird ein zweihütiger Patzer und das hat uns gezieht. Und weil wir jetzt schon Magnus Best-Seiten meistern, glaube ich, dass die Speed-Quest gar nicht mal so weit entfernt vom Final ist. Denn... Jetzt geht's anscheinend um die Burst. Und Amy ist anscheinend die, die uns am meisten vorhören wird in diesem ganzen Spiel. Oder der Outlaw. Eben noch nicht. Ja! Da hab ich grad nicht auf den Bildschirm geachtet. Da war ich grad gleich im Gedanken umsuchen. Warum? Auch keiner. Könnte sein, dass wir das schon wieder 3 Uhr nachts haben. Ja! Und ich hab noch mindestens vier Folgen vor mir. Okay. Weil ich hab dir dieses Rennen ausgesucht, jetzt zieh ich das durch. Das ist der Mann. So. Wir müssen da rüber und dann grüßen wir noch zu Spike. Davon haben wir schon. Spike, du musst umdrehen, ne? Ja. Bleib oben, bitte. Ja. Davon krieg ich nie genug. Ha, ha, ha. Das ist bestimmt 100 Jahre alt. Komm schon, ein paar Zeilen singen. Man kann deine schöne Stimme bei der Dusche im Hintergrund fast gar nicht verstehen. Ich mach dich kalt, Manu. Sprich vom Teufel. Was? Halt so wild. Ihr habt nie erklärt, warum ihr beide gleichzeitig im Badezimmer wart, als Spike unter der Dusche stand. Ganz zu schweigen, warum er diese Filmmelodie gesungen hat. Ha, 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 wow, wow, wow. Ich bin keins dieser Mädchen. Und mein Stichwort. Bis später, ihr Loser. Ich ruf dich an, Robs, um alles klar zu machen. Sicher. Also, Robs, was ist euer Plan? Ich fahr jetzt nach Hause. Ihr beide seid willkommen. Spike kommt vielleicht auch vorbei. Könnte klappen. Ich sag dir Bescheid. Cool. Bis später. Okay, Großer. Nur du und ich. Ich fahr jetzt drüber. Also, komm, wann du willst. Okay? Das war alles. Der letzte Satz, ne? Die letzten zwei Sätze. Die waren an mich gerichtet. Warum musste ich das Gespräch vorher anhören? Wahnsinn oder Genie? Schwer. Alles klar. Gewinne das Rundkursrennen. Alles klar. So, wir sind heiß. Der Rockstar ist da. Der Rockstar ist da. Jetzt bin ich. Ich bin heiß. Jetzt geht's drum. Also, das ist nicht das Finalrennen, aber es ist eines der Rennen, wo ich sagen würde, jetzt geht's. Und ich hab Bock. Das Speedfest ist sowieso prädestiniert von unseren schönen GTR hier. Oh, die Karla quer rübersemmeln. Schön. Das ist schön aus. Aber wir haben wirklich wenig Speedverlier auf die Kurve. Das ist sehr, sehr geil. Jetzt ziehen wir mal davon. Die sollten keine Chance gegen uns haben. Zweig, wo bist du denn mit deinem schönen BMW? Hier noch ein Spiel darüber. Das ist auch sehr sozial. Doch, Zweig hält sich. Hält sich, ja? Hält sich. Alter. Wie die Maps sich so schnell bewegen. Oh, links. Oh, shit. Ich fasse die Kommerin über die Karla verloren. Alter. Das ist schon heftig. So mit Top Speed hier durch die City zu rasen. Das macht schon mega Bock. Das ist mega anstrengend für die Augen, aber. So was um 3 Uhr nachts, aber. Das ist ja geil. Das macht Bock, Leute. Ich will mehr. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin mir auch noch eine enge Straße hier. Das ist sehr sozial. Oh, lag die Konzentration am Startstüssel. Oh, am Startstüssel, oder? Am Startstüssel. Da war nicht real. Okay. Ich sag mal, was wir kriegen. Oh, shit. Oh, nee. Ich wollte noch rüberziehen nach rechts. Und dann dachte ich, ich muss doch noch links. Und dann bin ich mitgekommen. Ja, und jetzt wollen mich alle. Okay. Ja. Glücklicherweise ist es ein Rundkurs. Das heißt, wir haben Zeit aufzuholen. Okay. Dann wird es doch noch spannend. Mann, wieso muss ich den Crash jetzt haben? Das war sowas so souverän bis jetzt. Mann, jetzt kommt auch noch ein Zivilist hier. Geil. Ja, ist okay. Alter, Taxi, geh weg. Alter. Jetzt fahren die uns da vorne auch noch davon. Ja, geil. Ist okay. So, leichte Konzentration am Start. Wirklich wenig Speed verlieren. Aber gerade können wir mich beschleunigen. So ist nur, dass die Reaktionsnieder habe. Das lädt sich mit der Zeit nicht auf. Ich muss driften, damit sich das auflädt. So, die überholen wir uns mal. Der hat auch einen Skyliner. Der ist mega nice, der Dude. So, Spike, hi. I'll be back. Wow. Kumpel war geil. Kumpel war geil. Wuh. Läuft. Tschüss, Spike. Hihi. Alter, wir sind noch in der ersten Runde, ne? Ne, wir sind in der zweiten. Geil, okay. Danke, auch gefahren. Ich habe keine Wiederholung der Gegend hier noch mitbekommen. Aber egal. Es bewegt sich ja sowieso alles so schnell. Links und rechts vorbei. Wir raten hier durch die Sile wenigstens. Alter. Ist geil. Guck so mega. Scheiße, Pfand. Wuh. Und so weiße Scheinwerfer auf dich zukommen. Und zwar so richtig schnell. So, ah, da kriegst du so einen Adrenalinstoß. Und so richtig stoße die Magen gegen. Hi, dude. Jetzt ist alles gut. Push it. Wuh. Da habe ich fast die Kontrolle verloren. Noch nur fast. Fast die Kontrolle verlieren ist ja voll okay. Solange es halt nur bei fast bleibt. Wuh. Okay, wir schon rüber zickeln. Ach, hier alle. Wuh. Da haben wir uns fast verbremst. Bisschen jedenfalls. Aber es sollte uns die ganze Töne hier noch verzeihen. Nicht so schande. Möglichst in jeder Kurve driften. Wir werden wir nie draufladen. Das ist wichtig. Und dann kommt hier diese böse Stelle wieder. Wenn ich gleich die ich vorher versaut habe. Die sollte ich jetzt nicht versauen. Ich bin egal. Fahre ich rechts. Das ist eine Scheiße. Das ist eine Konzentration im Start. Aua, nein. Ich habe nicht an der Pfanne hängenbleiben. Danke. Ich zieh uns in der Mitte von der Straße. Die macht mich nervös. Ich bin nicht so asozial. Oh, shit, nein. Ich verhandelt früh. Und ab ins Ziel. Nice. Souverän. Geil. Leichter Fehler in der Mitte des Rennens mit dem Unfall. Aber dann haben wir noch schön aufgeholt. Wahnsinn oder Genie? Wir sind auf jeden Fall Wahnsinn und Genie. Paketenfahrer. Respekt. Dauergrinsen. Wir haben auf jeden Fall gerade einen Dauergrinsen. Ich liebe diesen GTA. Diese Highspeed-Rennen sind so geil. Deswegen liebe ich die Speed-Quest-Reihe. So, Spike. Was hast du denn zu sagen? Ist Magnus jetzt heiß? So, ich markiere mich gleich auf der Karte. Die nächste Location. Die nächste Location ist aber hier unten. Das ist blöd. Wo ist denn Mennung mit dem, mit seinem Bunker? Mennung mit seinem Bunker ist hier unten. Wir müssten eigentlich runterheizen rein, theoretisch. Oder ist hier noch irgendwo was? Nee. Das ist Eddie's Challenger und ist Robin in dem Rohnwagen. Hm. Hä, fahr' mit dem Cruiser zum Mennung runter. Ja, rote. Wir cruisen runter. Ja, Spike, bitte. Also, das gefällt mir. So muss man's diesen Trotteln zeigen, Mann. Triff mich im Longhorn. Die Sache wird voll abgehen, oder? Ich würde gerne wissen, was Magnus jetzt denkt, Mann. Bis später. Wo ist das Longhorn? Longhorn ist hier unten. Da könnte man rein, theoretisch auch hincruisen. Nee, jetzt fahr' mal zum Mennung. Dann müssen wir das alles ein bisschen parallel machen. Weil Mennung haben wir auch deutlich weniger gemacht wie Amy und Robin. Und jetzt auch Mennung mit der Weile Spy. So, ich will das alles ein bisschen parallel machen. Ich will nicht eine Questreihe komplett durchmachen. Und dann anderen erst mal. Ich will alles so ein bisschen parallel halten. Das ist mir persönlich, die mich nicht. Dann müssen wir auch ein bisschen... Abwechslung in der ganzen Kacke hier haben. Da will man ein bisschen Drift haben. Ein bisschen Speed, wie gerade eben. Dann ein bisschen Tuning und so weiter. Das finde ich geil. Und ein Spieler. Er hat in die Hose gerutscht. Ui. Was ist das? Zu W. Ah. Oh, go, 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 go. So, so nice baby. Wir brauchen 3,22 für Amy. Kriegen wir aber gerade mit dem GDR hier nicht hin. 3,22. Ich würde noch ein bisschen aufpustern. Das können wir auf jeden Fall nicht. Irgendwann nicht mit dem schon GDR hier. Wow. Ich hätte sie gerade aufgehoben. Alter. Überstreibe doch nicht so. Oh shit, aber... Ich hatte diesen Blur-Effekt nochmal auf die Sonne fährt. Egal ob es dann dunkler wird oder heller. Das ist beide scheiße. Wenn du für uns heute nichts siehst. Wenn du für deine Umgebung es wie null wahrnimmst. Das ist immer so ein bisschen... Oh, tief! Gut, dass ich gebremst habe. Ich will auf der rechten Seite bleiben. Danke. Danke. Wesentlich sozialer. So, ich sehe, du bist auch rechts runter. Hatt' ich rechts. Siehste mal. Nein! Wolltet ihr nicht mehr ausweichen, Leute? Nein. Ihr hättet das auch nicht geschafft. Nein. Shit. Kann ich da auch runterfahren? Entscheidet ihr doch einfach mal. So. Wolltet der Manu mit seinem Bunker. Ich will auch so'n Bunker haben. Ich bin Manu mit seinem Bunker voll geil. Robin mit ihrem abgerannten Wohnwagen kann ich mal. Aber Manu mit seinem Bunker, mit seiner Tiefgarage, wo drin wohnt, bin ich schon ganz, oh shit, verbremst. Aber wie man sich verbremst, keine Auer. Also, Robin mit ihrem Wohnwagen kann ich mal. Das finde ich nicht ganz so geil. Aber Manu mit seinem Bunker bin ich schon ganz sweet. Ja, Manu, hi. Ich bin hier. Alles gut? Alles gut. Faust. Verdammt, ich hätte so gerne einen Hunicorn-RTR. Genau so. Wow. Dafür würde ich dich anbeten. Oh, dann stell dich hinten an, Babe. Hey, warte. Nein, 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 nein. Oder betest du mich etwa schon an? Aus der Ferne und mit großem Respekt. Das ist okay. Ich meine, ich wusste es, aber ich wollte es hören. Wuff, 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 wuff. Spike. Hey. Alles klar, Mann? Was geht ab? Jo. Hängst du etwa immer noch mit denen hier rum? Mann. Sei ruhig. Guck dir, wie Leute Donuts drehen. Jo, Spike. Das hier musst du sehen. Sogar du, Lester Mal, wirst Block respektieren. Damit ich mich ganz warm und gemütlich fühle. Ups, ja? Im Ernst, Mann. Das ist Spitzenklasse. Ja, ja, Spitzenklasse. Hab gehört, er soll sich die Straßen absperren lassen und braucht trotzdem einen Tag für das bisschen Schotter fahren. Ganz toll, Mann. Hm? Jeder kann was zusammenschneiden auf dem Laptop und es wirkt gut, weißt du? Oh, was musst du sehen, um überzeugt zu sein? Oh, na, ich mein, lass mal die ganze Video-Maggie weg. Was bleibt dann? Hm? Oh, okay. 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 Hey, 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 pass auf, Mann. Sagen wir, wir drehen eine Fahrt in einem Take ohne Schnitte. Ja, klar. Warte. Wir rocken das. Oh, Mann, Manno ist ja richtig heiß. Ach, geil. Ein Ein-Take-Chimkarna. Okay, ich bin dabei. Spike, ja? Mann, mach dich locker, Schaltengang runter. Hast du seinen Post gesehen? Als müsste er mir das unbedingt unter die Nase reiben, Mann. Ach, was, Mann. Und das Allerbeste, Robin hängt mit diesem Risky-Vollidioten ab. Hey, hey. Komm schon, Mann. Beruhig dich. Ich muss den Kopf freibekommen, Mann. Lust auf Pool? Wir drei? Heute nicht, Mann. Hey. Travis schreibt mir aber gerade. Er ist unterwegs. Triff dich mit ihm. Ich sehe, was ich tun kann. Cool. Ach, ich fahr hin. Also, wir sehen uns dann da drüben. Aber Leute, wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge mal mit Spike treffen. Oder doch, wir werden uns wahrscheinlich mit Spike. Mal gucken. Ähm, ja. Aber da fangen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge hin. Lass auf jeden Fall eine Bewertung da. Und schreibt mir das Comic-Kritik und alles unten rein. Ihr wisst, wie es läuft. Dann sehen wir uns morgen auf jeden Fall wieder um 16 Uhr, wenn es heißt, We need for speed. Ja, Rion sagt Ciao. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschö.